Nur mal was für zwischendurch, ne? Hier ist nur so ein Ding. Jetzt aber, ich komm jetzt. Ja, warte kurz. Ja, hier ist halt mein Stammplatz, ne? Hier ist Maxis Stammplatz. Wir sind jetzt hier im Nagelwald und angeblich sollen hier Wildschweine leben. Die Bäume sehen hier sehr komisch aus. Und hier kann man zwar schlechte Wildschweine fahren, aber ich glaube es ist Zeit für eine kleine Challenge. Und zwar wer den Stock weiter werfen kann. So, wir suchen uns jetzt beide Stöcker aus und die werfen wir dann einfach nach unten. Und welcher weitergekommen ist, der hat die kurze Challenge gewonnen. Wir filmen jetzt mit zwei Handys, weil eins für Jan Maxi, den für alle, die es noch nicht wissen von meinem Kanal. Wir machen einen Kanal zusammen. Jan Maxi ist auf YouTube am See. Und für alle, die es noch nicht hier wissen, Maxi macht einen Vlog-Channel. Vlog-Channel 13 heißt der. Okay, und wir beginnen jetzt mit der Mini-Challenge. Okay, ich bin dran. Meiner kommt eh weiter. Du hast auch einen kürzeren. Oh, gewonnen. Okay, Maxi, es war weiter. Wir haben uns überlegt, wir machen drei mit drei Punkten. Okay, los Maxi. Diesmal werfe ich. Oh! What the? Willst du den werfen? Dann kassierst du gleich. Ja. Haben wir jetzt gesehen, Stock? Und dann. Boah, der ist nun weitergekommen. Okay. Meiner ist wohl in den Dingen schon gewesen, in den Blättern. Ja, weil ich die Challenge verloren habe, werde ich jetzt mit dem Luftballon abgeschossen. Maxi, film. digging in dem Luftballon abgesch Clear == Ya、 das ist wie sehr brutal. gut gehört habe aus dem Luftballon abgeschritten. Wie sehr Europa wichtig ist?